Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt zwischen Frankenberg-Eder und Battenberg-Auhammer. Diese Führerstandsmitfahrt wurde gefilmt aus einem Schienenbus der oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen. Die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen erhalten historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre und veranstalten damit regelmäßig Sonderfahrten. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter www.oef-online.de Diese Führerstandsmitfahrt gibt es auch im Internet zum Herunterladen unter www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik stammt von www.mixotik.net und ist dort unter dem Remix Nummer 240 zu finden. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Die Musik stammt von www.rumsenden.de 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020